Geisel lokalisiert. Zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Meine Güte, das ist echt eine eklige Mission. Ich glaube ich muss erst mal versuchen die so von außen alle aufzureiben. Ja cool, das war natürlich jetzt total effektiv. Nicht. Okay, einer weniger. Es gab zwar weniger Munition, aber ich wurde noch nicht getroffen. Da müsste man doch mal schauen. Ich glaube von so kriege ich die alle viel eher. Wo schießt die Sau? Hab ich gerade irgendwo... Gut. Hier macht es mir echt leicht gerade. Aber so ist das natürlich auch keine Garantie dafür, dass ich die alle aufgerieben kriege. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich hab nicht gesehen wo der ist. Was? La 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 Wo? Wo denn? denn? Blöd. Richtig blöd. Blalalalalala. Komm, beweg dich mal. Jetzt hab ich dich, du Sau. Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Okay. Ein paar habe ich schon ausgeschaltet. Aber eben nur ein paar. Ich höre ihn aber doch lauter. Fuck. Oh mein Gott. Oh. Wo kommt er? Puh. Okay. Okay. Soweit? So gut. Ich darf keinen bestimmten Weg nehmen. Oh Gott. Das hat mir nichts gebracht. Wieso kann ich denn da nicht rein? Okay. Der Raum ist clear. Zur Geisel geht das? Nein, nicht so. Okay, da ist eine Tür. Die habe ich mir schon. Die habe ich mir schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. So mein Freund. Bevor ich dich jetzt hier raushole. Ach komm ich scheiß drauf. Wo hab ich dann den Weg freigesprengt? War das hier irgendwo? Ich hab vergessen wo das war, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Okay der stand draußen. Okay. 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 Okay.